So, 800 Newtonmeter oder sowas. Boah. Okay. Hat er schon mal geschafft. Wir sind bei den 30 Punkten. Die Reifen sind größer, der Wagen ist höher. Der müsste es ja eigentlich weiter schaffen. Würde mich sehr wundern. So, wir sind bei den 20 Punkten. Bis jetzt natürlich gar kein Problem gewesen. So. Das war natürlich jetzt auch kein Problem. Jetzt sind wir bei den 30 Punkten. Jetzt sind wir bei dem Level, wo der normale AMG gescheitert ist. Und. Wow. Er ist noch da. Er ist noch voll da, Leute. War zwar auch unter Wasser, aber eben nicht so lange, dass der Motor kaputt geht. Er ist noch voll da. Er ist jetzt mit dem Offroad Truck das nächste Fahrzeug, was die 45 Punkte erreicht hat. Mal schauen, ob das Fahrzeug jetzt weiterkommt als der Offroad Truck. Let's go, Offroad AMG. Let's go. Nein.